Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt ist wieder Zeit, aus dem Fenstersims oder aus dem Balkon einen prächtig blühenden Vorgarten zu machen. Mit Geranien zum Beispiel. Für die richtige Wahl von Geranien ist eine Frage besonders wichtig, nämlich ob der Standort sonnig, halbschattig oder schattig ist. Welchen Standort die einzelnen Geranien-Sarten brauchen und noch viel mehr, erfahren Sie aus diesen Stecketiketten bei jedem Coop-Geranien-Angebot. Das ist eine Konsumenteninformation, die Ihnen in diesem Umfang nur Coop bietet. Jetzt gibt es bei Coop ebenfalls schöne Betonien, die sich mit den Geranien gut kombinieren lassen. Oder? Auch ganz hübsch. Hängenägele. Coop hat alles, damit Ihre Balkonpflanzen richtig wachsen können. Die bewährten Blumenkistchen aus Fulgurit in allen Grössen und die Holaflor Blumenerde mit den nötigen Nährstoffen. Die Nährstoffreserven sollten Sie ein- bis zweimal pro Woche ergänzen mit Holaflor Flüssigdünger. Dann, gerade speziell für die Balkonblumen, ist es wichtig, dass Sie viel Nahrung bekommen, wenn Sie einen ganzen Sommer überblühen sollten. Und lösen Sie also das Düngerkonzentrat immer im Wasser auf und nie die trochene Erde düngen. Alle diese schönen Blumen und was Sie dazu nötig haben, gibt es jetzt in allen grösseren Coop-Verkaufsstellen. Und jetzt, Achtung, kommen wir noch zum 10'000 Franken Wettbewerb. Da schreiben Sie wie immer eine Postkarte an das Coop, Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Einsendeschluss ist der 29. Mai. Die Aufgabe ist einfach. Notieren Sie drei von den Coop-Aktionen, die Sie jetzt gerade sehen. Auf Wiedersehen miteinander. Bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Mal.